Befolgen Sie zum Einbau des BabySafe Isofix Base einfach die folgenden Schritte. Schwenken Sie die Rückprallplatte nach oben, um die Isofix Rastarme freizulegen und klappen Sie das Stützbein aus. Richten Sie die Isofix Rastarme auf die Isofix Befestigungspunkte des Fahrzeugs aus und schieben Sie sie ein, bis sie mit einem Klick einrasten und die grüne Markierung sichtbar wird. Ziehen Sie das Stützbein bis zum Fahrzeugboden hinaus, bis es einrastet und sicher auf dem Boden steht. Überprüfen Sie abschließend, dass der Adapter korrekt angebracht ist, indem Sie sich durch Rütteln vergewissern, dass er fest und sicher sitzt.